Dieter Schidor, 17. September 1987 in München, war ein deutscher Schauspieler. Leben nachdem Schidor anfänglich Jura studiert und die Universität mit dem akademischen Grad Dr. Jura abgeschlossen hatte, bewarb er sich als Schauspieler. Sein Debüt gab er in dem Fernsehfilm Piggies unter der Regie von Peter Zadek. Schidor spielte unter Regisseuren wie Wolfgang Staute, Sam Peckinpach, Costa Gavras und Rainer Werner Fassbinder. Sehr oft wurde er von George Morse eingesetzt. Bekanntheit erlangte Dieter Schidor durch den 1971 ausgestrahlten ZDF-Abenteuer-Vierteiler der Seewolf, in dem er den jugendlichen Titelhelden Wolf Larsen alias Frisco Kitt verkörperte. Fortan war Schidor im Fernsehen häufiger zu sehen, etwa in Serien wie Der Kommissar, Derric, Der Alte oder Tatort. Sehr häufig gab er dabei den psychisch-labilen Kriminellen. Schidor wirkte als Schauspieler und als Produzent auch an der Verfilmung von Jean Gennets Roman Querelle durch Rainer Werner Fassbinder mit. Über die Dreharbeiten zu diesem Film drehte Schidor den Dokumentarfilm Der Bauer von Babylon. In diesem Film ist das letzte längere Interview mit Rainer Werner Fassbinder zu sehen. Von 1977 bis 1986 lebte Schidor mit dem neuseeländischen Schauspieler und Produzenten Michael McLernan zusammen. 1986 starb sein Partner Michael an Aids. Schidor, der ebenfalls infiziert war, unternahm einen Suizidversuch, der zu einer Schwächung führte, an der er 1987 im Alter von 39 Jahren, in Folge von Aids verstarb. Dieter Schidor wurde auf dem Queruhmer Friedhof in Braunschweig beigesetzt. Später wurde er in ein Ehrengrab umgebettet.